So. Oh Mensch. Mensch, ich muss das... So. Weg. Diesmal habe ich mehr Leben, aber ich werde schon wieder getroffen die ganze Zeit. Okay, okay. Ah, weg hier. Und? Ah, ihr Engel, ihr nervt sowas von. Ich kriege den einfach nicht richtig getroffen durch euch. Weil ihr nicht immer trefft stattdessen. Das Herz. Nein. Ah. So. 30 noch. 33. Das ist machbar. Ah. Ich will nicht wissen, wie viel der große Laser an Schaden macht. Dieses Energie-Ding. 20 noch. Okay, das wird sauknapp. Oh Gott. Wie viel habe ich noch? 16. Oben, nach oben. Schieß, schieß, schieß. Wie man sehen kann, es ist eine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist eine Riesenpresse. Wie die kleinen, bloß in groß. Oh Gott, das war knapp. 12 noch. Komm schon, stirb jetzt. Ich mach dich. Ja. Oh Gott, sie fällt nach unten. Die Engel fliegen hier immer noch rum. Was soll die denn? Mist. Okay. So weit war ich noch nie. Oh. Tief durchatmen. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Aber ich fürchte Schlimmes. Hey. Selbst wenn die Krone zerstört ist, wird es bloß dafür sorgen... Nein, wird es... Nein, Moment, warte. Ich muss es kurz lesen. Even if the crown is destroyed, it will only rise again every time. So long as Balos yet elips. Ach so. Selbst wenn die Krone zerstört wurde, wird sie jedes Mal wieder auferstehen, solange Balos noch lebt. So stark ist die Stärke seiner Seele, die die Krone erschafft. Keine Ahnung. Bei mir jetzt. Okay, da geht es zur Plantation. Da können wir nicht durch. Hier war der Statuenraum. Hey, hier ist noch was. Die Statues Doktors ist fertig. Wie heißt der? Fuyukudate. Hm. Okay. Okay. Hey, ich kann nicht... Was? Curly! Curly! Das ist cool. Geh kaputt. King! Ja, King! Okay. Das ist... Das ist ziemlich geil. Ich erschaffe hier Statuen meiner Freunde. So, geh kaputt. Toroko. Ja. 20. Wow, das ist echt gut. Ich habe bloß den ersten verschwendet. Weil ich leider nicht wusste, dass hier so Kristalle rauskommt. Herzen! Quote! Das bin ich! Hi! Quote! Cool. So, die Schritt hat sich geändert. Toroko. King. Und Curly Brace. Sehr schön. Dann... Ja. Passage. Man kann sich jetzt wahrscheinlich denken, welcher, gegen wen wir kämpfen müssen. Korridor. Uh! Und ein Hund, ein glitzerner Hund. Bitte tötet meinen Meister. Und ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Er sagte, falls es jetzt nicht richtig zu hören war, bitte tötet meinen Meister. Das ist der einzige Weg, wie Misery befreit werden kann. Der einzige Weg, um zu verhindern, dass diese Tragödie wiederholt wird. Der Name meines Meisters ist Ballos. Seine magischen Kräfte sind wild geworden. Und jetzt kann er nicht einmal mehr sterben. Gut. Anscheinend war es der Hund, der uns die ständigen Nachrichten hat zukommen lassen. Oh Gott. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft, dass ich mit... Moment, Moment, Moment. Ja. Ja. Ich hab vergessen, dass ich den habe. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt dürfte ich eine Chance haben. Ich lade schon mal meine Spur auf. Dort ist er. Ballos. Willkommen. Ich bin Ballos. Ja, äh, Jahre, Jahre, nein, 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 vor Jahren, Moment, aus Angst, weitere, weitere Bestrafungen zu erdulden, erlaubte ich meiner Magie wild zu werden. Die Magie wurde so, dass sie nicht einmal mehr von den Händen ihres Meisters kontrolliert werden konnten. Als ich, äh, sah, dass ich die nicht mehr in der Lage war, die, seine feurigen Wut zu kontrollieren, äh, nahmen sie meinen Geliebten weg. Meine Kinder, meine liebe Frau. Ihre Schreie, der, der Pein, äh, blablabla, Mann, ich kann das gerade nicht schlecht übersetzen. Ihre Schreie, der Pein, der, 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 des Schmerzes, haben sogar die Flammen übertönt. Ich konnte meine Augen nicht abwenden. Des, so musste ich das ganze Spektakel mit ansehen. Und, lachend, Jenker hat mich hier weggeschlossen, vers, ver, mich, äh, versiegelt. Aber meine Magie ist immer noch unbändig und immer noch außer Kontrolle. Lange, lange habe ich gewartet. Wartet für den einen, der endlich die Wut meiner Magie bändigen würde. Nun, töte mich, oder ich, ich werde dich töten. Oh Gott, kämpfen wir gegen Ballos. Und, wie viel, wow, 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 wie viel hält der eigentlich aus? Okay, 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 ich möchte nicht, wenn ich hier sterbe. Verdammt. Oh Gott, wenn ich hier sterbe, muss ich alles nochmal machen. Er frisst Raketen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Level down, was hat mich getroffen? Ich weiß nicht mal, was mich getroffen hat. Gut, gut, oh Gott. Was zum, ah, aber, nein, 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 ja, bitte, nein, ach, nö. Leute, Leute, ich, oh Gott, nein. Ich werde es später nochmal versuchen und ich werde wahrscheinlich offscreen versuchen, hier mal ein bisschen zu trainieren über die Woche, weil es hat so keinen Zweck. Ich, 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 ich meine, ich weiß, dass Ballos mehrere Formen hat und das war gerade mal seine erste und ich bin gestorben und ich habe den Live-Pod benutzt. Äh. Also, tut mir leid, ich mache jetzt erstmal nicht weiter, also gut, ich habe jetzt so viel heute aufgenommen, dass das erstmal für die nächste Woche reichen wird. Das heißt, wenn ihr das hier seht, werde ich schon längst, werde ich wahrscheinlich schon längst wieder neue Videos aufgenommen haben oder Ballos endlich besiegt haben. Oh, Entschuldigung, ich bin schon wieder ans Mikro gekommen. Ähm, aber bis dahin, ähm, ja, man sieht sich. Ciao.